Das Amt Sachsenburg war eine im Thüringer Kreis gelegene territoriale Verwaltungseinheit des 1806 in ein Königreich umgewandelten Kurfürstentums, Sachsen. Es gehörte zum oberen Distrikt des Thüringer Kreises und war zwischen 1657 und 1746 Teil des albertinischen Sekundogeniturfürstentums, Sachsen-Weißenfels. Bis zur Abtretung an Preußen 1815 bildete es als Sächsisches Amt den räumlichen Bezugspunkt für die Einforderung landesherrlicher Abgaben und Prohndienste, für Polizei, Rechtsprechung und Heeresfolge. Geografische Ausdehnung Das Amt Sachsenburg lag am Nordrand des Thüringer Beckens. Bei dem Ort Sachsenburg befindet sich die knapp 500 Meter breite Thüringer Pfort, durch welche die Unstut die Höhenzüge der Hainleite und der Schmücke durchbricht. Im Territorium münden die Lossa und die Wipper in die Unstrut. Das Amtsgebiet liegt heute im Nordosten des Freistaats Thüringen. Während die drei Orte Sachsenburg-Gorsleben und Erzleben zum Küffhäuser-Kreis gehören, sind die Orte Kanneworf-Bilzingsleben, Büchel- und Griefstedt Teil des Landkreises Sömerda. Angrenzende Verwaltungseinheiten Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts grenzte das Albertinische Amt Sachsenburg an folgende Gebiete. Nordwesten Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt Nordosten Senioratsamt Oldesleben Osten Kurfürstentum Sachsen 1687 bis 1815 zum Kur 6 Fürstentum Sachsen-Querfurt Südosten Kurfürstentum Sachsen Westen und Südwesten Kurfürstentum Sachsen Geschichte Verschiedene Besitzer bis zum 14. Jahrhundert bedingt durch die strategische Lage an der Thüringer Pfort, dem Durchbruch der Unstrut durch die Höhenzüge der Hainleiter und der Schmücke, entstanden bereits im 7. 8. Jahrhundert Burgen zur Überwachung der Herrstraße von Erfurt nach Magdeburg. Weiterhin dienten sie der Sicherung des Zugangs in das zentrale Thüringer Becken. Im 12. Jahrhundert entstand auf dem Wächterberg die Hakenburg, welche auch untere Sachsenburg genannt wurde. Als frühester Besitzer der Burg und der Gegend wird um 1064 Graf Otto von Norlamünde genannt. Am Fuß des Berges wurde im Jahre 1132 der Ort Sachsenburg am linken Ufer der Unstrute erstmals erwähnt. Die Bewohner des Dorfes Sachsenburg wurden in alten Zeiten die Passmänner genannt, da ihnen die Bewachung des Passes oblag und sie für die Landesherren das Geleitstellen und den Zoll erheben mussten. Das Gebiet um die Thüringer Pforte gehörte bis Mitte des 11. Jahrhunderts den Grafen von Norlamünde. Spätestens seit 1180 waren jedoch die ludowingischen Landgrafen von Thüringen Herrscher über das Territorium. Nach dem Tode des letzten ludowingischen Landgrafen Heinrich Raspe im Jahre 1247 besetzte der Graf Siegfried von Anhalt die Pfalzgrafschaft Sachsen. Er dürfte dabei auch die Burg eingenommen haben. Zur Verstärkung ließ er in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts die obere Sachsenburg erbauen. Im Jahr 1316 kam die Sachsenburg durch die Heirat Sophia von Anhalt mit Dietrich von Hohenstein an die Grafen von Hohenstein. 1319 wurde urkundlich erstmals zwischen der oberen und der unteren Burg unterschieden. Nach einer Fede mussten die Grafen von Hohenstein die Lehnshoheit des Landgrafen Friedrich I. von Meißen anerkennen. Ebenfalls durch Heirat kam die Burg im Jahr 1335 an die Grafen von Beichlingen. Nach dem Tode des Grafen Hermann von Beichlingen im Jahr 1378 bewohnte seine Gattin Adelheit die Oberburg bis zu ihrem Tode im Jahr 1405. Die Unterburg erbte Hermanns Bruder, der sie 1407 an den wettinischen Landgrafen von Thüringen verkaufte. Wettinische Herrschaft Ab 1407 war die untere Sachsenburg somit Eigentum der Landgrafen von Thüringen und Herzöge von Sachsen. Sie diente seitdem als Sitz des Amtes Sachsenburg mit den Orten Sachsenburg, Büchel, Etzleben, Gorsleben, Griefstedt und Bilzingsleben. Später gehörte auch noch Kannerwurf zum Amtsgebiet. Im Gegensatz zur Unterburg blieb die Oberburg außerhalb des Amtsbezirkes und wurde 1441 an die Familie von Hausen verlehnt. Der albertinische Herzog Georg von Sachsen belehnte 1539 die in Kannerwurf ansässige Familie von Bendeleben mit der Oberburg, die sie bis zum Dreißigjährigen Krieg bewohnte. Sie verblieb bis zu deren Aussterben im Jahre 1825 im Besitz der Familie von Bendeleben. Die Unterburg wurde von den verschuldeten thüringischen Landgrafen und sächsischen Herzögen mehrmals verpfändet. Das Amt Sachsenburg ging 1408 von den Grafen von Beichlingen an die Vertiner über und gehörte seit der Leipziger Teilung von 1485 den Albertinern. Nach der Wittenberger Kapitulation 1547 war das Amt Sachsenburg Teil des albertinischen Kurfürstentums Sachsen. 1554 trat der albertinische Kurfürst August im Naumburger Vertrag des Amts Sachsenburg U.A. gemeinsam mit dem benachbarten Amt Oldesleben an die Ernestiner ab. In Folge der Grumbachsienhändel nach der Reichsexekution gegen den in die Acht getanen ernestinischen Herzog Johann Friedrich II. kam das Amt Sachsenburg im Jahr 1567 gemeinsam mit den Ämtern Weider, Anzaug und Ziegenrück als Sicherheit für die Bezahlung von Kriegsschulden an die albertinische Linie zurück und wurde als asekuriertes Amt bezeichnet. 1660 übernahmen die Albertiner die esekurierten Ämter ERB und eigentümlich. Das Amt Sachsenburg gehörte seitdem zum oberen Distrikt des Thüringer Kreises im Kurfürstentum Sachsen. Von 1657 bis 1746 gehörte das Amt Sachsenburg zum albertinischen Secundogenitur Fürstentum Sachsen-Weißenfels. Im Gegensatz zu den übrigen Ämtern des Thüringer Kreises unterstanden dem Herzog von Sachsen-Weißenfels auch die Schriftzassen. Nach dem Erlöschen der Nebenlinien Sachsen-Weißenfels fiel das Amt Sachsenburg im Jahr 1746 an die Hauptlinie der Albertiner zurück. Die Unterburg war bis 1802 kurfürstlicher Amtssitz. Mit der Verlegung des Amtssitzes in die Stadt verlor die Anlage ihre Bedeutung und wurde aufgegeben. Durch die Ernennung des Kurfürstentums Sachsen zum Königreich gehörte das Amt ab 1806 zum Königreich Sachsen-Abtretung an Preußen. Auf dem Wiener Kongress wurden im Jahr 1815 Gebietsabtretungen des Königreichs Sachsen an das Königreich Preußen beschlossen, was U.A. den gesamten Thüringer Kreis mit seinen Ämtern betraf. Das Amt Sachsenburg gehörte ab 1816 ursprünglich war die Integration in den Kreis Weißensee des Regierungsbezirks Erfurt vorgesehen, zum neu gegründeten Kreis Eckartsberger im preußischen Regierungsbezirk Merseburg der Provinz Sachsen. Später wurde der Amtssitz von Sachsenburg nach Heldrungen verlegt. Zugehörige Orte Dörfer Bilzingsleben Büchel Erzleben Gosleben Griefstedt Dorf Kanneworf Sachsenburg Burgen und Schlösser Untere Sachsenburg Schloss Kanneworf Undere Sachsenburg Abenteuer Zugehörige Barbe Abenteuer Abenteuer Abenteuer